Irgendwas mit Garderobe. Hier nochmal Meisterdetektiv. Hier nochmal Ninja. Ja, was wollt ihr zuerst sehen? Hier haben wir den Detektiv. Hier haben wir was Neues. Hier haben wir die Agentin. Oder den Meisterdieb. Und hier haben wir die Kunoshi. Ninja-Künste, Weg des Feuers. Ja komm, machen wir das mal. Ninja-Künste, Weg des Feuers. Ich kann auch das Feuer nur Jutsu. Ich habe einfach ein Feuerzeug, halte es einem am Arsch und furze. Garton! Jutsu der flammenden Feuerkugel! Und dann... Na klar, Jungs. Warte, sieh dir das an. Der Meister könnte ein Problem sein. Sie haben irgendwas an der Burg angebracht. Wir müssen das Ding schnell zerstören. Fuck! Ich will einen anderen Weg finden. Müssen wir jetzt zur Wand werden. Und theoretisch auch hier lang. Ah, die Ninja-Peach gefällt mir tatsächlich auch. Generell gefallen mir die Outfits, also das Gameplay an sich. Oh, die Frage ist nur... Ah! Die Ninja-Legende wird uns beistehen. Kein Problem. Ist das jetzt Chinesisch oder ist das jetzt Japanisch-Ninja? Genau. Easy. Die drehbaren Bände Fuck. Gibt's denn noch was? Das habe ich mir noch fast gedacht. Ich weiß nicht, warum mir das Gameplay so gefällt, aber... Was haltet ihr denn von dem Gameplay? Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Das ist gut. Mani, 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 okay. Okay. Was ist hier unten noch irgendwas? Nee, ne? Was, die Räsel gefallen mir sehr gut. Was ist hier unten noch irgendwas? Fuck, alter, was ist denn das für ein... Dagegen hat selbst ein Ninja keine Chance. Ich bin leider nicht schnell genug. Halt du sie auf. Den... Achso, stimmt. Den Wallwalk gibt's hier auch. Fuck. Fuck. Okay. Yes, perfecto! Dort ist unser Feind und du hast Talent. Daher vertraue ich dir diese Schriftsrolle an. Nur du kannst den Feind besiegen. Das ist... Wir beschwören jetzt die riesigen... Wir beschwören jetzt einfach Gababunter. What the... Das ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Gameplay ist naja. Hm. Es ist fertig. Danke. Na, ich habe einen Schleifmalny nicht gefunden. Schade. Jetzt ist das Schachtelruft ja nur der, der es. Auf jeden Fall. Das wird sein. Okay. Spezial-Gleid. Das sollte ich mir tatsächlich mal angucken. Ich glaube, nur als Fechterin hast du so ein... Rundes Gesäß. Aber das Rosenkleid gefällt mir bis jetzt ganz gut. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Oh, mit Pferdchen. Oh, mit Pferdchen. Ja. Ein grünes Kleid. Okay, das ist cool. Gelb ist auch nicht schlecht. Schön. Na ja. Ja, hier weiß ich's nicht. Ja, kaufen, aber... nicht tragen. Ah, das Pferdchen-Gleid, das würde der Juna bestimmt gefallen. Ich den Tisch nach da schiebe. Könnte ich hier die Schlafcouch auspacken? Wir machen erstmal mit den Bekannten weiter.